So Freunde, bevor das Video startet, eine kleine Information, die für den einen oder anderen enttäuschend sein wird, der eine oder andere wird eventuell auch sagen, ist mir vollkommen egal, ich muss hier einfach raushauen, im Video selber, ich habe es mittlerweile rausgeschnitten, sage ich, dass es heute keinen Facecam Rahmen gibt, beziehungsweise, dass das Video in 60 FPS ist, das Ganze ist nicht der Fall, genau wie das letzte Video habe ich ja gesagt, ich möchte ganz gerne in Zukunft in 60 FPS das Ganze über die Bühne bringen, habe mir ja auch die 60 FPS Elgato gekauft, allerdings gibt es das Problem, dass es mit Camtasia nicht funktioniert, mit dem Rendern und das ist bei Sony Vegas, ich komme mit dem Programm, es tut mir leid, einfach nicht klar, das dauert alles Stunden länger, als wenn ich es mit Camtasia mache und ich bin einfach nun mal mittlerweile auch wieder quasi in der Schule, ich bin ab 4 erst zu Hause unter der Woche und am Wochenende habe ich auch nochmal ein bisschen was anderes zu tun, dementsprechend funktioniert es einfach nicht, wenn ich quasi jetzt 3 Stunden jeden Tag am Schneiden bin, habe ich einfach nicht die Zeit für, dementsprechend weiterhin 30 FPS bei Livestreams, wenn 60 FPS kommen, wenn irgendwann ein Programm rauskommt, das ist einfacher als Sony Vegas, weil das ist wirklich ein sowas von kompliziert, scheiße, ich mag das Programm einfach nicht, dann werden 60 FPS Videos auch kommen, vorher kann ich euch nichts versprechen, dafür wird es in Zukunft wahrscheinlich in 1080p das Ganze geben, ich denke mal, das ist ein ganz guter Kompromiss und 30 FPS sind jetzt auch nicht so schlimm, bisher habt ihr es auch ausgehalten und ich hoffe mal, dass das jetzt auch weiter zu sein wird. Jetzt geht es los mit der ersten Episode Footdraft, ich hoffe, ihr habt viel Spaß und ja, diesen wünsche ich euch jetzt bei dem Video. Hey, willkommen zu diesem Video hier auf dem Kanal und zu einer ersten Folge einer neuen Serie, das wird es ja in Zukunft häufiger geben und heute sind wir am Start von, oder beim Start besser gesagt, von Footdraft in FIFA 16. Ja, es gab ja schon die verwirrende FIFA 15 Episode, bei der einige nicht verstanden haben, dass es noch FIFA 15 ist und nur ein FIFA 16 Modus, das ist ein bisschen schade und ich wollte euch natürlich nicht verarschen, das war nicht mein Ziel, aber so ist vielleicht auch einige rübergekommen, das tut mir leid. Heute gibt es wirklich FIFA 16, zwar die Demo, aber immerhin FIFA 16 und die erste Episode von Footdraft, das Ganze wird als Serie kommen und wer nicht weiß, wie das funktioniert, dem werden wir das Ganze gleich mal erläutern. Ich habe schon zwei Folgen aufgenommen, ein Team könnt ihr bei Instagram sehen, das war ziemlich nice, da hat mein Elgato nicht funktioniert, gestern habe ich auch eine Episode aufgenommen und da war dann die Soundspur weg, da hatte ich Cristiano Ronaldo auf dem linken Flügel, also es wäre sehr nice gewesen, aber so muss man halt damit leben. Ich hoffe mal, das geht einigermaßen klar und jetzt kommen wir zum dritten Versuch der ersten Episode, sagen wir es mal so. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben, denn ich denke mal, die Serie könnte FIFA 16 sehr, sehr viel Spaß machen, ich hoffe es zumindest und wir starten einfach, würde ich sagen, direkt mal durch. Links in der Videobeschreibung für weitere Unterstützung zu RAND, RAND, Instagram, Facebook, Twitter und so weiter und so fort, einfach mal vorbeischauen, wenn ihr Bock drauf habt, würde ich mich darüber freuen. Baue eine Mannschaft auf, indem du für jede Position eine Auswahl aus fünf zufälligen Spielern triffst, drafte dein bestes Team und misse dich auf den Platz mit deinen Gegnern. Footdraft, ein neuer Modus bei FIFA Ultimate Team. Messi, Jaguero und Griezmann haben wir hier als Coverspieler und genau das werden wir natürlich jetzt tun, das Ganze dauert eine Sekunde. Allerdings macht es wirklich relativ viel Spaß, wir dürfen erstmal aus drei Formationen, äh, aus fünf Formationen auswählen und ich entscheide mich hier für das 4-3-3, ähm, 4-3-3-5, also quasi mit falscher 9 oder nämlich eventuell das 4-2-3-1, was auch nicht uninteressant wäre. Aber wenn wir dann Ronaldo bekommen, kann man den nicht einbauen, deswegen nehmen wir 4-3-3, äh, falsche 9. So, als nächstes kommt der Kapitän und da haben wir hier die Auswahl aus nicht so interessanten Spielern, ähm, ja, Iniesta werde ich dann einfach mal nehmen. Äh, es kann immer noch sein, dass wir beispielsweise Messi bekommen, Ronaldo bekommen und so weiter und so fort, allerdings ist die Wahrscheinlichkeit ein bisschen geringer. Hier wird nochmal erklärt, wie das Ganze mit Chemie funktioniert, ich habe ja irgendwann mal ein Tutorial gemacht, deswegen erklärt das jetzt nicht nochmal, ich denke mal, die, die FIFA schon gespielt haben, wissen Bescheid. Allgemein haben wir natürlich auch Chancen, ähm, theoretisch Legenden zu bekommen, Legenden linken ja dieses Jahr zu jedem Spieler, wären also extrem nice. Ähm, ich werde versuchen, so ein bisschen Hybrid aus, ähm, ja, jetzt spanischer Liga und allen möglichen anderen Ligen zu machen, aber natürlich auch so ein bisschen, dass wir trotzdem starke Spieler dabei haben. Wir haben zum Beispiel, ähm, Bernd Leno oder Asmian Danowitsch, ich nehme mal Bernd Leno, weil ich glaube, dass, ähm, beispielsweise ein Toni Janschke relativ oft vorkommt. Wir gehen von links nach rechts in der Verteidigung und bekommen als erstes mal, äh, Marcelo, was gar nicht so schlecht wäre. Wir können nämlich natürlich noch, äh, Iniesta auf die andere Seite stellen und ich glaube, wir nehmen tatsächlich einfach mal Marcelo, denn der sieht sehr, sehr stark aus dieses Jahr mal wieder. Leider keine Forster-Skills, die er jetzt mal wieder verkackt, aber wir kennen es ja nun mal nicht anders. Als erster Innenverteidiger wird dann, äh, Skoda Mustafi, was natürlich ideal ist, weil wir einen deutschen Keeper haben und jetzt einen deutschen Innenverteidiger. Können auch Pepe nehmen und darauf hoffen, dass wir Toni Janschke oder so bekommen, aber ich, äh, bleib dabei bei Mustafi, vielleicht kriegen wir Pepe im späteren Verlauf. Nochmal und können den im Notfall einbauen. Sieht auf jeden Fall schon mal ganz cool aus, Mustafi dieses Jahr auch sehr, sehr stark mit 70 Tempo unter anderem. Sieht gut aus. Nächster Innenverteidiger hoffentlich ein deutscher, jawohl, nämlich Jerome Boateng, 87er-Karte. Das ist natürlich perfekt jetzt gelaufen. Pepe hätten wir da trotzdem nehmen können, weil dann hätten wir hier weiter linken können zu Iniesta, äh, weil Boateng ja sowieso einen Stronglink gehabt hätte. Aber so ist es natürlich noch idealer, ähm, denn so haben wir Leno auf jeden Fall auch voller Chemie und es ist einfacher, Boateng weiter zu verlinken. Wenn wir jetzt Rafinha bekommen, äh, dann müssen wir wirklich nochmal überlegen, ob wir hoffentlich noch Pepe bekommen oder sowas. Aber wir schauen nochmal, wer es werden wird auf der Rechtsverteidiger-Position und da wird es anscheinend Danilo für mich werden. Ich weiß noch nicht so wirklich, aber Danilo sieht von denen schon am stärksten aus. Normalerweise Tabaleta, aber die haben noch Jesus Navas auf rechts und, äh, das heißt, er würde nicht auf volle Chemie kommen. Wobei doch, theoretisch schon und ich glaube, das mache ich auch mal. Oder ich nehme Aurier, ich nehme Aurier, weil der kann mit Lukas verlinken und ich glaube, es ist nicht unwahrscheinlich, dass ich Lukas bekommen habe. Ein 85er-Rating in der Demo, was ziemlich stark ist. Natürlich habe ich jetzt Boateng vergessen, aber den konnte ich ja gerade quasi gar nicht, äh, verlinken. Wir nehmen mal den Sechser und da bekommen wir unter anderem, ja, Casemiro, was natürlich ideal ist, weil, ähm, der, ja, hat immerhin den Link in die Liga BBVA und, äh, damit kommen wir jetzt zum anderen Achter. Ja, und ich hoffe, das wird auch ein Hauser, BBVA, ja, es wird, äh, äh, ja, Rakitic, was nicht ideal ist, ähm, da wäre es besser gewesen, hätten wir einen von Madrid bekommen. Oder natürlich, wir machen das Ganze jetzt ganz anders und nehmen einfach mal Gonzalo Castro und setzen den dann gleich auf die Bank, äh, stellen das erstmal so rüber und hoffen jetzt gleich, dass wir hier, äh, einen aus der League Irn bekommen auf der Bank. Denn die Bank und Reserve müssen wir natürlich auch noch ausfüllen. Ähm, rechter Flügel, hoffen wir auf Lukas und wir bekommen nicht Lukas. Wir bekommen unter anderem Sofjan Feguli, aber auch Lukas Ocampos, den können wir benutzen für die Chemie. Wir können natürlich auch einfach hoffen, dass wir noch, äh, andere Spieler bekommen auf der Bank und benutzen dementsprechend jetzt einfach mal spaßeshalber Jonathan Biabiani. Alles klar, dann kommen wir zum linken Flügelspieler. Komm, Ronaldo, 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 nein, Echarabi oder Piatti oder Liayic. Ähm, da wir ja auf der linken Seite bereits ein paar Spiele aus der BBVA haben, nehmen wir da einfach mal den guten, ähm, Pablo, oder Ignacio Piatti, ich glaube es ist Pablo Piatti, ich bin mir gar nicht sicher. Es gibt zwei, der Bruder spielt in der MLS bei Montreal Impact. Nehmen wir aber den hier mal und, ähm, ja, sind dann momentan, ja, es geht, es geht. Also wenn wir es so hinstellen, dann sieht das eigentlich okay aus. Erstmal suchen wir jetzt noch einen Mittelstürmer. Und das wird, äh, Edinson Carvani, Lacazette, Aubameyang, ähm, Luciano Vietto. Vietto wäre, auch wenn ich Aubameyang extrem gerne spielen würde, ist Vietto von der Chemie her einfach die beste Variante. Ähm, deswegen nehme ich den. Denn so hat er volle Chemie schon mal und, äh, Iniesta kommt näher an seine volle Chemie ran. Also es wird wahrscheinlich jetzt nicht so kreativ werden, aber ich hoffe trotzdem gut. Von daher machen wir mal weiter und bekommen, äh, erstmal einen Torwart, das ist immer so. Und dann nehmen wir einfach mal Spaß, deshalb, äh, Diego Alves, weil der einfach eine bombastische Karte dieses Jahr hat. Weiter machen wir und da bekommen wir einen Außenverteidiger zum zweiten Mal. Und haben jetzt beispielsweise einen Pablo Zabaleta. Wir können natürlich hoffen, dass wir, ähm, Mittelfeldspieler aus Argentinien bekommen, was glaube ich nicht so wahrscheinlich ist. Aber wir nehmen einfach trotzdem mal mit. Und dann noch einen rechten Flügel aus Argentinien, das wäre Messi im Idealfall, dann wäre das schon echt ziemlich nice. Aber egal, machen wir weiter und wir bekommen hier Otamendi, Subotic, Corcia. Der ist immerhin Franzose. Subotic wäre mal Otamendi noch bei, ähm, Valencia oder auch Maicon. Ich glaube, ich nehme Corcia da einfach mal mit. Von der Defensive her kann ich nicht so viel gebrauchen, aber so kriegen wir zumindest schon mal ein bisschen mehr Chemie. 89 haben wir jetzt. Da geht noch was, da geht auf jeden Fall noch was. Und, äh, wir bekommen in Asia Iaramendi. Joa. Wahrscheinlich die bessere Variante zu Casemiro, weil er halt Chemie kriegt. Und zwar, äh, von... Ja, ja, Iaramendi ist eigentlich so gesehen ideal. Ne? So theoretisch. Könnte man es auch so machen. Ja, Boateng bräuchte halt auf jeden Fall noch einen Link. Aber wir schauen erstmal weiter und, ähm, sind gespannt, was passieren wird. Äh, Vidal. Ja, ich nehme ja auch Vidal mit. Keine Ahnung, wie ich das machen will, aber... Vielleicht scheiße ich auch so ein bisschen auf Mustavis Chemie. Muss ich ja nicht mal. Muss ich ja nicht mal. Ich könnte ja Alves ins Tor stellen. Und, äh, jetzt muss ich hoffen, dass ich einen Rechtsverteidiger von Bayern bekomme, beziehungsweise eine Bayern-Achse. Und am besten noch Pedro oder sowas auf dem linken Flügel. Dann, äh, wäre das super. Aber mal schauen, machen wir mal weiter. Und wir bekommen, äh, nichts, was uns wirklich weiterhilft. Wir nehmen Falcao einfach mal mit. Weiter geht's. Wieder nicht wirklich, was uns weiterhilft. Dann nehmen wir Lacazette. Hom. Irgendwas... Manuel Neuer im Kasten mit Boateng zusammen. Und, äh, damit sind wir jetzt wieder bei Mustafi von der Chemie weg. Aber das macht mir ehrlich gesagt nichts, weil Neuer und Boateng, ja, das ist schon, das ist schon gut. Das ist schon wirklich sehr, sehr gut. Da brauchen wir Vidal jetzt auch gar nicht mehr theoretisch. Dann können wir jetzt einfach Vidal erstmal wegpacken. Haben so volle Chemie bei jedem Spieler. Bis auf hier halt, die rechte Seite. Und, äh, können wir dann immer noch einwechseln. Für Iaramendi beispielsweise. Wir kriegen aber, um es verrecken, keine rechten Flügelspieler. Was ein bisschen nervig ist. Ähm, ich entscheide mich hier mal für Sokratis. Komm, rechten Flügelspieler. Das kann doch nicht so schwer sein. Modric, oha. Ja, Modric ist natürlich nochmal ein bisschen besser als Iaramendi, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, trotzdem Rechtsverteidiger. Ja, hätte ich mal, hätte ich mal Danilo genommen, ne. Hätte ich mal Danilo genommen. Wäre ich mal nicht so dumm gewesen, hätte gedacht, ich kriege Lukas. Ach. Egal. Vielleicht haben wir jetzt noch das Glück. Äh, ne. Haben wir nicht. Wir kriegen dafür Piszczek. Ähm. Ja. Den nehme ich auch mal mit. Gefällt mir besser als Kortschier. Und 97 Chemie. Im Vergleich dazu hätten wir 100 Chemie mit Kortschier. Ah ja, klar. Wegen Biabiani. Hoffen wir auf den letzten Spieler. Müssen wir mal schauen. Auf volle Chemie kommen wir zwar wahrscheinlich nicht komplett gut. Ne. Ähm. Wieder Scheißspieler. Wieder Scheißspieler. Wir nehmen einfach mal Carlos Baka. So. Das heißt, wir nehmen Piszczek raus. Kortschier rein. Piszczek wechseln wir dann wahrscheinlich ein. Ähm. Müssen wir mal schauen. 100 Chemie haben wir. Sieht nicht ganz ideal aus. Aber sowas kann bei Footdraft einfach mal passieren. Äh. Man weiß nie, was man so wirklich bekommt. Äh. Vielleicht machen wir es so rum, damit Modric volle Chemie hat. Und dann wechsle ich einfach Vidal ein für Casemiro und mach das dann irgendwie so. Wir schauen einfach mal. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal mal den Manager aus und bekommen da, ja, Jose Mourinho. Wenger. Wir nehmen Wenger, weil der bringt Chemie für Kortschier und für Biabiani. Gut. Das ist jetzt unsere Übersicht. Nicht-Topspieler sind die nächsten Neuer und Falcao anstelle von beispielsweise Vidal oder Boateng. Aber gut. Ähm. Ja. 83er-Teambewertung. Neun Spieler aus der BBVA. Sieben Spieler aus der Bundesliga. Fünf Spieler aus Deutschland. Ich würde sagen, ich spiele mal ein Spielchen gegen Barcelona. Und dann sehen wir uns gleich in Game wieder. So, Freunde. Da sind wir. Santiago Bernabeu. Footdraft gegen den FC Chelsea. Ich habe mich jetzt noch für Chelsea entschieden, weil ich so viele Madrid- und Barcelona-Spieler habe. Deswegen ist da vielleicht unser Londoner-Club, von dem wir keinen haben, die bessere Variante. Äh. Hau ich mir jetzt zumindest so gedacht für Spieler auf Weltklasse. Sechs Minuten Halbzeit kann man nicht einstellen, aber ich denke mal, das ist trotzdem in Ordnung. Was ich direkt schon mal sagen kann, ich habe beim Gameplay bisher so ein paar Auffälligkeiten. Und zwar einmal, dass Longshot einfach gar nicht mehr funktioniert oder irgendwie ganz komisch. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, wie das funktioniert. Wenn man da irgendwas Spezielles einstellen muss oder ob man irgendwie mittlerweile fünf Balken braucht, um einen richtigen Longshot hinzukriegen. Ich werde das gleich nochmal demonstrieren, was ich meine. Das ist irgendwie so ein bisschen, naja, komisch, würde ich sagen. Des Weiteren, Flanken aus dem Halbfeld funktionieren. Sie ziehen sich rein. Das ist auch ganz schön. Und ja, an sich ist alles so ein bisschen schwerfällig, würde ich fast schon sagen noch. Skillmoves sind ein bisschen schwierig. Und allgemein ist das Spiel definitiv noch nicht ideal auf der Gamescom, was mir überraschenderweise besser gefallen. Müssen wir mal schauen. Aber gut, ich würde sagen, wir gehen einfach mal in ein Spielchen rein und dann legen wir los. So, vielleicht kann ich jetzt mit den Flanken mal demonstrieren anhand von Bia Bia Nia, auch wenn jetzt keiner in der Mitte ist. Doch, da ist Vieto, den kann man auch schon mal machen. Ja, das war jetzt nicht wirklich aus dem Halbfeld, aber das funktioniert auf jeden Fall trotzdem. Was auch auffällig ist, Pace scheint wirklich auch im Ultimate Team nicht mehr so wichtig zu sein. Also es ist nie mehr das Maß aller Dinge, während du ja mit Ibabo in FIFA 15 alles nass machen kannst, theoretisch. Oder wenn mittlerweile irgendwie keiner mehr spielt. Ist es mittlerweile, also kommt mir zumindest hier so vor, dass mehr über Kombinationsspiel geht. Auch wenn solche Moves hier, wo sich der Computer den Ball mal weit vorlegt, öfter vorkommen. Was anscheinend relativ effektiv zu sein scheint, aber ist ja auch in der Realität so. Oh, schöner Versuch von wem eigentlich? Ach, von Oscar. Kombinationsspiel ist trotzdem, macht erstens Spaß und zweitens effektiv. Also scheint interessant zu sein. Das war ja geil. Vidal im Sechzehner und er wird vom Ball getrennt. Das wäre natürlich jetzt schön gewesen. Ich versuche jetzt mal einen Longshot rauszauern, wenn ich den Ball gewinne. Ja, tue ich. Kommt zu. Luciano Vietto, der ist natürlich auch nicht so der Longshot-Spezialist. Vidal ist das schon eher. Aber die... Oh, der kommt sogar hoch. Das war das erste Mal, dass ich einen hohen Longshot gesehen habe dieses Jahr. Normalerweise kommt es immer flach. Können wir gerne, wie gesagt, in den Kommentar schreiben, woran das liegt. Oh, das war ein ganz großer Fehler, aber der Willian verzieht hier zum Glück. Da wollte ich mich auf die Linie stellen, was natürlich ein Bitch-Move ist, aber teilweise einfach nötig. Und dann machen sie es kurz. Also gelb für eine Aktion, die nicht mal ein Foul war. Und wieder auf die Linie stellen. Und runtergehen und Neuer zu einer Parade zwingen. Offenbar können sich jetzt auch Spieler ein Ultimate-Team verletzen, was natürlich super ist und das ist aber Rene Boateng, der, äh, ja, den es erwischt hat. Nehmen wir jetzt Zabaleta rein oder Piszczek? Piszczek. Also Freistoßschützen-mäßig sieht das hier jetzt auch nicht so pralle aus. Ich habe keine Ahnung, wie Kopfbälle dieses Jahr so sind. Ah, Vidal kommt aber auch nicht ran. Marcelo, so, jetzt versuchen wir mal wieder einen Longshot. Und, ja. Naja. Biabiani 1 zu 0. Das war ja mal wieder richtig geil. Richtig gute Torhüterqualität auf jeden Fall, die da gerade Courtois gezeigt hat. Schön erstmal draußen rausgespielt. Und dann die Flanke von Piatti. Marcelo ist irgendwie mit vorne und Biabiani, ich habe keine Ahnung, was Courtois da macht. Das, 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 warum, das ist doch total dämlich. Nicht in der, naja. 1 zu 0. Dein Fall. Oh, 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 der Pfosten von Fabregas müsste es gewesen sein. Kontergelegenheit vielleicht. Ne, Piatti ist da nicht in der Lage. Aber jetzt vielleicht. Auf Iniesta. Der hat natürlich Ballkontrolle, ein bisschen am Meppen. Aber das war richtig dumm. Okay, direkt in den Fuß Ja Nee Das war richtig schön gemacht von Vidal Jetzt auf Piatti auf außen Vieto geht jetzt in die Mitte Die Flanke kommt aber nicht Dafür gibt es einen Eckball Und Ecken sind dieses Jahr nicht so gefährlich Gerade wenn du Courtois im gegnerischen Kasten hast Aber versuchen kann man es ja trotzdem Iniesta und da ist Mustafi Das war nicht Mustafi, das ist Mustafi Und ja, Torwart Fale wieder, aber gut Oh, Neuer nochmal mit einer guten Parade Jetzt in der 90. hier Ja, unentschiedenes Leistungsgerät Es geht allerdings in eine Verlängerung Von daher ist es noch kein Unentschieden Okay Geht in Ordnung Ist ein bisschen sehr optimistisch für mich Das ist ein cleverer kleinen Clip Into ein Team-Mate Lacazette Modric Guter Kopfball Ne, iniesta war das, oder? Ich weiß es gar nicht Für ihn war einer der Mittelfeldspieler Das war sehr, sehr stark Jetzt die Ecke wieder gut reinbringen Und da ist Ich weiß nicht, wer an die Latte Vieto war es Vieto mit dem Kopfball Das wäre natürlich ideal gewesen Der ist eigentlich gar nicht so groß Modric nochmal Longshot vielleicht Ah, ne Das ist die Das ist was ich meine Die sind so schwach und flach Und doof Und morf Oh, 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 oh Das ist ganz gefährlich Koster an den Außenpfosten Also das erste Spiel hier Die erste Episode Footdraft Oh, ne Nicht schon wieder Das ist doch unfassbar Wann stellen die denn diese Wege zu? Muss ich mich auch noch dran gewöhnen Nur Ball von Piszczek Ähm Die erste Episode Footdraft Könnte gleich mit einer Niederlage starten Denn wir müssen eventuell Als Elfmeter schießen Und da ist alles möglich So, Lacazette jetzt mal Überaußen habe ich eingewechselt Für Piatti Berberspin hat da keinen Bock drauf Warum, weiß nur er So, jetzt nochmal Lacazette im 16 Da mit dem Chop Ja, das ist aber alles Nur so halb geil Corcia nochmal Und da ist Iniesta Und da ist Vieto Ja, die stehen hinten halt auch wirklich Quadratisch praktisch gut Marcelo nochmal Flanke Da ist nochmal Eckball Und das ist in der 120 Minuten Die letzte Chance Der Partie Sonst geht es ins Elfmeter schießen Iniesta bringt den rein Und da kommt Lacazette Und wieder ist Courtois Da immerhin sind die Ecken anscheinend Jetzt gefährlich Ja, das Spiel müsste vorbei sein Es geht ins Elfmeter schießen Ja, gut Von mir aus Ähm Machen wir genau so Ich dachte gerade 76 Elfmeter wäre krass Aber, äh Okay So, wieder mit dem Ersten Gegen Thibaut Courtois Mal sehen, ob es immer noch funktioniert Natürlich Meine halb bewährte Elfmeter Taktisch schießt ja jeden so Das wisst ihr eventuell aus dem Karrieremodus Das funktioniert bei mir einfach so So, Hasashi ist nach rechts Oh, ne, macht er nicht Aber, oh, das war Neue Animation Wäre ich wohl stehen geblieben Hätte er den gehabt Ähm, Lacazette Wieder nach oben Und ein bisschen links Und wieder ist er drin War diesmal nicht so gut Aber besser Übrigens springen die jetzt nicht mehr Wenn sie merken, dass es die falsche Ecke ist Dann gehen sie nur noch so So halb runter Und, äh Ne, so wie Neuer jetzt gerade beispielsweise So, Luka Modric Mal ganz Oh, das war jetzt gelupft Fuck Ne, war es nicht Ey, richtig schöne Elfmeter von Modric Wunderbar So, Kosta muss jetzt gehalten werden Der geht jetzt wieder nach links Sag ich dir aber Ah, links Nach links Oh, ne, ne, bitte Den kannst du dann noch halten Also, wenn du die Animation schon so machst Dann kannst du solche Bälle dann auch Wenigstens versuchen noch zu halten So, Iniesta wieder Gleiche Ja, funktioniert immer noch Auch wenn er in die linke Ecke springt Ist der, ähm, ja Ball trotzdem drin Oskar gegen Neuer Auch drin Es wird hier wahrscheinlich ein Battle Auf, äh, Lebenszeit werden Luciano Vietto wieder nach links oben Ja, perfekt reingehauen Und damit kommen wir jetzt zum entscheidenden für Chelsea Wenn Ramirez verschießen sollte Und ich springe wieder nach links Dann Ah, ne Hätte ich hier gewonnen Aber so muss jetzt erstmal noch Corchia treffen Und zwar auch wieder da ungefähr Oh, der war Auch jetzt nicht irgendwie nach oben Mitte gezielt Sondern wirklich nach links oben Arzpilicueta gegen Neuer Irgendwann muss ich doch mal einen halten Das geht doch so nicht Mitte Jetzt springt er Ja, das ist doch unfassbar Jetzt schießt er nach links Das ist ja Verarsche hier So, wir haben ja nie Ganz oben rechts Ganz oben rechts Jawohl, ist drin Ach, das geht hier ewig so weiter Glaub ich Quadrado gegen Neuer Komm, wieder nach links Wieder nach links Nein, er lupft Und er lupft an die Latte Damit haben wir gewonnen Die erste Episode Footdraft geht an uns Manuel Neuer beschert uns Zwar nicht den Sieg Aber Hat natürlich den Schütz nervös gemacht Von daher Reicht unser Tor durch Jonathan Biabiani Zum Sieg Ich hoffe, die erste Episode Footdraft Hat euch gefallen Ich bin sehr gespannt Wie das in der Vollversion Werden wir bestimmt nochmal ein Stückchen besser Da freue ich mich extrem drauf Bald ist sie da Und dann geht es richtig los Mit FIFA 16 Ultimate Team Mit FIFA 16 Karrieremodus Und so weiter und so fort Wenn es euch gefallen hat Lasst einen Daumen nach oben Wenn es euch gefreut hat Beziehungsweise wenn es euch freut Dass es in Zukunft diese Serie geben wird Lasst auch einen Daumen nach oben da Der Ölmin nach oben da Und wir sehen uns dann Beim nächsten Mal wieder Ich wünsche euch noch einen Wunder, wunderschönen Tag Manuel Neuer Man of the Match Wie sollte das sein? Bis dann Wunderschönen Tag noch Haut rein Und ciao Wunderschönen Tag noch